hallo und herzlich willkommen zu let's play guild wars 2 mit mir selbstverständlich dem helm ja wie ihr seht sind wir hier mal ein bisschen weit weg vom schuss ich wollte nur mal eben in die richtung wo uns der main quest hinführt und da bin ich gerannt 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 ich dachte nicht dass es so weit ist es ist aber verdammt weit in der zwischenzeit habe ich mit lauter entdecken hin und her und ab und zu dem typ abknallen die 40 erreicht habe mir einen bogen dazu gemacht ansonsten ich habe jetzt vor eine stunde lang alles abzuknallen sich von mir im weg stellt ich möchte nämlich dieses erfahrungssiegel nutzen und deswegen halt mal dass mir eventuell langsam in die richtung marschieren da hoch in richtung quest was noch eine ganze stückchen ist wie ihr seht dann lasse ich da halt so langsam vielleicht die 42 anpeile knacke so zum wenn hier machen wenn alte jetzt soll dir irgendwas nicht umhauen okay dann fangen wir mal an zack los geht's nee nee und jetzt sollen wir das ding hier nehmen und auf den typ trage als waren nicht so nett hat 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 das war ganz gut aus so steht so kinder probier mal aus und auch hat für kriegen aber viel weniger dann nehmen wir noch das alte schwert ja ich habe extra die schlange ausgeholt die machen giftschaden und bei giftschaden wenn ich jemand beschieße dann bekomme ich eben zurück und dann nutzen wir natürlich knallhart aus hammer hammer auf den kopf rumpel rumpel schade zack nächste schnell schnell noch keine zeit müssen ballern ist so und ja warte 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 wenn wir die fackel und die fackel auf den kopf ab dann Zack, zack, zack. Geht aber gut, ne? Mit dem allen drei zusammen, mit dem... Na, was ist los? Ich würde ja gerne noch voll werden. Wie sieht's aus? Nicht gut? Bin ich im Kampf? Rot dann eben, so. Hopp. Hopp. Zack, zack, zack. Zauberhandel. Nichts Ende ist nahe. Jetzt ist Schluss. Hopp. So. Hier ist noch so'n Schwert. Hopps. Zack, zack. Feuer. Ja. Geschafft. Sehr schön. Weiter geht's. Und zwar ziemlich zügig. ZZ. Wo laufen wir jetzt lang? Da hinten ist das nächste. Okay. Okay. Ich würde auch gerne mal... noch... ein Bäumchen mitnehmen oder sowas. Aber ich sehe hier gar keins. Ja, den müssen wir mitnehmen. Der liegt auf dem Weg. War keine andere Wahl. Hepp. 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 Feuer. Rumpel, 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 rumpel. Ey. Brechheit. 66. Das ist die doppelte Ex, die ich hab. War ich denn tot oder wie? Was verrückt denn hier immer so furchterregend? Ach, da oben, Drache. Soll. Hab ich grad gesehen. Ups. Naja. Rund. Flattermann. Flussbewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, erzähl mal. Das Rad des Fortschritts dreht sich. Was? Ey. Brandkreaturen. Täglich kommen mehr dieser verkohlten Wesen aus dem Drachenbrand. Wir wissen nicht, wie sie sich vermehren, aber wir wissen, wie man ihnen beikommt. Teil unseres Erfolgsrezeptes ist die Stahlaugenspanne. Ein riesiges Lager, das wir zur Truppenunterstützung errichtet haben. Im Moment befindet sich die Eisenlegion dort und fordert Hilfe an. Schön. Na, gehen wir mal dahin. Ne, ne? Eisen, Eisen. Wieso ist da Eisen? Ich brauch Gold. Ne, ich brauch Eisen. Was ist denn hier? Ja. Ne? First Third 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 Plast Und da ist die Treppe. Oh, ich hab schon mal Action hier. Der ist ja cool. Für die Unterstützung. Ja, ich mach mit, Chef. Geh schneller. Peng, peng, bumm. Hab ich geschafft. So sieht's aus. Haben jetzt zwar gerade gesehen, aber geschafft. Au. Das ist ja für ne Frechheit. Reisen, Gold. Super. Okay. Oh, okay. Die. Die. Das war's für heute. Boah, geht's ja wirklich rund, ne? Komm, Bärbel, sei brav, lass die Jungs da spielen. Herr Dümmling, hahaha, der sitzt an seiner Karte um den ganzen Arschweilern. Da ist die Nacht. Genau, da will ich auch hin. Eine Herausforderung weniger. Bleib hier, Bärbel. So, müssen wir da schnell hin. Punkt mitnehmen, wuppdiwupp. Da hinten für den Punkt, ach, 43 war da. Gold. Hey, mein, 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 ich hab da gesagt, komm mit. Ja, da erzähl mal später. 43, fängt er doch irgendwo mit 40 an? Er erzählt überhaupt nichts. Stumm ist er. Supi. Hauptsache. Entschuldigung. Tacker. Entschuldigung. Det hat einen Geräusch verlängert, geträngt. Wirklich.